Und... bitte! Wie ist das BAföG-Antrag? Ich dachte, das kann nicht scheinen, ihren BAföG zu checken. Background! Aha! Bist ihr verhuscht, die Kleine heute? Zwischen Grimma und Partner oder gibt's den Belfspar... Ich wusste es. Dieses Spa-Hotel hat 855 Euro pro Person gekostet. Ganz schön teuer, für ein Spa-Hotel. Was ist... Was ist das denn? Was ist das denn? Außerdem bieten die da ein ganz gutes Anerkrät ja... Ihr könnt mich doch alle mal im Arsch lecken. Oh Mann! Was? Was kommst du jetzt? Wo? Was kommst du her? Wo bist du meine Mutter? Nein, ich steh mich doch. Was ist das? Wo ist das nicht? Sie werden einen Mann mit dem Coffin. Die Söhne oder ich gehöre. Ich bin der Mann mit dem Team. Ich bin der Mann mit dem Team, der Mann mit dem Team. Die Söhne oder den Mann mit dem Team! Ich bin der Mann mit dem Team. Vielen Dank.